Willkommen zu den Kampagnen zu Brink. Wir haben es endlich geschafft. Wunderbar. Wie können wir die Aufgaben machen? Okay, es ist in verschiedenen Bereichen untergliedert. Wir fangen jetzt an als Supporter. Okay. Dann als nächstes kommt, glaube ich, Mechaniker. Und dann kommt... Heiler kriegen wir nicht, aber wir kriegen diesen komischen Stealth-Typen. Okay, cool. Klingt gut. Ja, und wir fangen auch mit einer gewissen Anzahl an NPCs an. Nehmen wir sie auseinander. Wir müssen auch mit unterstützen werden und richte dich schon mal auf was ein. Also, das hat sich leicht. Mensch, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ich mit dir einen FPS-Shooter spielen kann. So, ich packe mal die Bombe. Und ich bin tot. So viel dazu. Und? Ja, 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 ich bin tot. Oh, Mann. Ich bin schon unterwegs, man. Schon unterwegs, man. Schon unterwegs. Schau da scharf. Die Waffen sind natürlich auch below. Oh, hey. Schön. Wenn wir das jetzt hinkriegen, ja, dann... Das ist schon mal Stufe 2 dann. Ja, darf ich jetzt die Bombe legen? Lass mich das Spiel die Bombe legen. Ja, das ist ja super, da muss ich mich sagen. Ich glaube, du sagst, nein. So, Deckung suchen, Bomber hier durch. Alter, die Billowachen. Einfach draufhalten. Nein, denn... Gut. Das war knapp. Wir wollten die auseinandernehmen. Ich bin weg. Sehr schön. Alles mit der Kraft der Kekse. So, ich bin jetzt Techniker. Okay. Ich bräuchte mal... Warum... Warum rennt mein Computer? Warum rennt er nicht? Der Computer soll rennen? Alter, weder habe ich einen massiven Leck oder irgendwas passt hier nicht. Also, das ist... Witzig ist das auf keinen Fall. Ich kann mich hier nicht anständig bewegen. Okay. Kann sein, wegen dieser... Der zoomt wieder raus, rein, raus, rein. Au, 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 keine Warte. Es kann sein, dass wir wegen dieser Verbindung... Weil es ja über Rechner läuft, glaube ich. Mhm. Geht's wieder? Hast du dich beruhigt? Ja, nicht wirklich. Ich versuch's. Okay. Atmen. Ach, das Scheißspiel. Wie wird das mit Atmen? Mhm. Mhm. Oh, Mann. Stirb doch mal. Ich bin doch blöd. Warum war ich jetzt das nicht? Nun. Darf ich? Darf ich? Ja? Am besten noch, bevor ich gestorben bin. Mhm. Mein Geschütz ist beschädigt. Hattest du überhaupt schon mal einen Schaden abgeben? Nee. Ich bin jetzt auch gewundert. Wir haben eine ganze Menge Granaten drauf, ja. Hallo? Ach, die Waffen sich auch. So, ich geh mal hoch und pack mal die Bombe. Ich war offen, dass ich das schaffe. Ach nee, Generator reparieren. Ach. Ah, damn. Fuck. Kann ich da auch was helfen? Wenn du hochkommst, würdest du mir eventuell Unterstützung leisten, würdest du sehr schlimm? Ja, die sind hier überall. Ja, dann. Ich weiß. Mit der Waffe ist es auch extrem schwierig, weil die hat so einen grenzten Schuss, weißt du? Deswegen kannst du dich da selber mal in die Zunge geben, oder? Naja. Aber die Waffen sich auch wie Sau hier gegenseitig. Mensch, ich stehe doch davor und drücke F2. Warum passiert dir nichts? Muss ich das vielleicht machen? Kannst du auch. Kannst du es gerne versuchen. Achso. Generator bewachen. 92 Prozent. Ja, musst du runnieren und reparieren. Ich warte auf den Sunny, weißt du? Ich bin auch bescheuert. Ja, es ist halt kein Run-and-Gun-Game, ne? Und doch ein bisschen... Nachlagen! Keine Munition! Also bei mir hat der eben dreimal aufgehört, den der geschossen hat. Okay. Ich hatte die Maustaste ja gedrückt und dann... Wo schießt denn der? Du, wenn ich das wüsste... Ich hab den nicht mal gesehen. Der hat mir genau mit der Waffe eins übergezogen. Ich komme um meine Ecke und schon hat er mir eins runter. Darauf. Okay, also merken, du kannst keinen... Du darfst nicht auf den Sunny warten, weil der kommt eh nicht. Das ist eine dreckige Kriegsführung hier. Mensch, von Baute, mein der ist nicht. Das ist nicht wahr, ey. Oh, die ist immer... So, ich hab jetzt... Ich hab jetzt ein Teil hier oben aufgestimmt. Komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Willst du den holen? Gib den Money. Wen meinst du? Willst du den nächsten Punkt machen? Ja, ich muss mich nur mal orientieren, wo das ist. Das ist unten, das ist anliegend im Gelb. Aha, okay, ich gucke mal unten. Gibt's doch keine Minimap, ne? Wo ist denn der Punkt? Zurück. 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 Links. Links. Was ist da? Links. Was ist der Kommando-Posten? Da musst du drauf zugreifen, genau. Okay. Ja. Und dann zu Agent wechseln? Äh, den Agenten aussehen, genau. Okay, cool. Gut. Und jetzt siehst du dann, was du machen musst. Wir müssen nach oben. Das wird interessant jetzt. Alter, die treffen mich über der halbe Map? Ja. Die sind krass, oder? In oben. Würde ich hier nicht überall hängenbleiben, ne? Das müssen wir hier oben machen, ich sehe kein Ziel. Das Ziel ist ganz oben. Ach da, ich sehe es, jetzt sehe ich es. Ich sehe es. Komm, ich bin, bau das hier schütz, bau das hier schütz, bau das hier schütz. Komm, ich bin, ich bin, ich bin. Stopp doch mal. Oh, das bist du. Sorry. Ich habe noch nie als Agent gespielt. So, komm schon, komm schon. Du musst hier an der Ecke rein. Du musst da vorsichtig bleiben. Aha, okay. Hier, da ran, F drücken Dreh dich nochmal Du musst dann in den Teil rangehen Achso, ich dachte, ich hätte es schon Hergesehen Wie kommt denn man denn da hoch? Spiderman Abgeschlossen? Ja Gut, wir müssen jetzt runter und das Teil holen, wo der gelbe Koffer ist Oh nein Oh nein Schau mal, das darf doch nicht wahr sein Oh, so knapp Das ist doch nicht wahr, ey So knapp Versuch es nochmal Keine XP bekommen wir Arsch Soll ein Scherz sein Es ist auf jeden Fall von Vorteil 43 Mal Bonus für Kopfschüsse Dass wir jetzt wissen, was wir machen müssen Beziehungsweise ich Ja Karte wie More Objective Achso Ihr folgt gleich nochmal Zehn Minuten haben wir dafür Zeit Und das läuft halt auf allen drei Ebenen nochmal Nur die Punkte werden sich abhören Im Endeffekt immer dasselbe Auf dieser Map hier Die anderen Map habe ich noch nicht angespielt Aufgabe wird geladen Wie ging das hin? Ja Ich bin schon zu überspringen So, ähm Bist du nochmal dabei? Ja Bin hier Was geht's? Halt, nein, 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 halt Halt Musst du wohl Knoten reinmachen Ich verstehe nicht, warum die meisten Leute das so lustig finden Weiß nicht Das ist einfach nur schlecht Leg das nicht Jetzt Uh Au Ja, bei mir legt es jetzt auch so ein bisschen Hast du die Bombe legt? Ja Bin fix, ne? Danke Wunderbar Boah Bin down, egal Wechseln und dann das Ding da oben hinlegen Muss ich auch den Techniker für haben? Äh, ich nehme gleich den Techniker, ja Muss ich nur mal schnell entscheiden, weil ich kann die nicht So, hier hast du nochmal mal nichts tun Ein Techniker, glaube ich zumindest Ne, du bist jetzt Agent, glaube ich Ah, fuck it Dann bleibe ich Agent für das nächste Ist okay Krass drauf, die Leute So, komm schon Vier Hat sich gut gemacht hier beim letzten Mal Komm, ne, man, die Oh, ey, Leute Ja, ich drück doch wie oft Vielleicht immer noch F drücken Meine Güte, ey Ja, manchmal klappt das nicht Das habe ich auch gerade gemerkt Das Teil ist vor mir Da steht ein F Ich drücke fünfmal F Nichts passiert Mobbing-Spiel Mobbing-Spiel Können wir in... Ey, was ist es, Alter? Ist überall Oh, mit der Granate Menschen, stirb doch mal Kann nicht euer verdammte Angst sein Was ist denn hier? Hier ist noch eine Aktion hier Springen über Berg und Tal Alter, was? Ich renne hier nur gerade aus Was ist denn das? So, ich mach mal die Reste noch Na, ich versuche den Rücken frei zu halten Toll Warum steht der Typ da Sonst ja noch neben mir Versucht, um mich zu schießen Ich dachte, du wirst mir den Rücken frei halten Jetzt halt dich mal Oh, Mann Ich treffe dir und bin ich heute Ich weiß auch nicht Wir müssen das schaffen, damit wir Sachen für die Waffen freischalten Was machen Sachen? Bin ich gut im Elm, wenn ich lachen muss Hör auf Ah, lustiger Krieg Ah, lustiger Krieg Ah, ah, ah Oh Oh, was ist denn hier? Das ist jetzt fünfmal ab Bei einem mal schießen Was soll das? So, du musst jetzt hinten hochkommen, ja? Ah, ist das schon frei oder was? Okay, cool Ja, natürlich Ah, das wusste ich nicht Stell es auf Wie oft muss ich noch drücken? Stell es auf Ja, am besten die anderen Komm schon mal ab Fang schon mal an, mich abzuknallen Um alle Zeit der Welt Das ist schütz, das brauche ich auch nicht schießen Ja, das ist absolut nicht so schlimm Und vor allem auch die Schütze, die Schütze auch keinen zu treffen Okay Das ist OP-Geschütze Äh, total unnütz wahrscheinlich So, ich hol den Koffer Okay Hol den Koffer Du hoffen, dass ich dich abkratze, derweil Musst du, musst du immer den gelben Koffer im Auge behalten Muss ich Bleib ich hier oder soll ich mitkommen? Kannst du mitkommen, kannst du da bleiben Oh, ich hätte da bleiben sollen Oh, die mit den ihren Granaten, ne? Wo kommt denn man näher? Der fällt nicht immer von der Luft runter Der wird immer aufgesetzt Alles gut, ich bin bei dir Die haben keine Scham dabei Nö, nö So, du musst jetzt hoch zum Gelben, ne? Zum Gelben Symbol Ne, ich kämpfe gerade durch Oder du denkst dir natürlich ab Das ist mir auch eine Idee Sauber Siehste Wunderbar Das funktioniert Also wir müssen versuchen hier Aber möglichst jedes löchende Ziel drüber zu werden Wie, ich bin der Kampfkoloss und soll da drüber klettern? Du als schlanke Bursche 16 Stück Ja, 3 Minuten haben wir Zeit Wir können uns ja die, das aufteilen Tatsächlich Was ist hier los? Was denn? Hm? Ich bin von jeder Ecke zur nächsten Noch 8 Noch 8 Die sind Grundstimme Noch 7 Ich sitze drüber Lüft dir einfach rum? Nein Oh, fast Da hinten ist einer Noch 3 Ist er denn? Ja Wir sind letzten Noch 2 Zwei Minuten Zeit Ruhstempel 1 Eine Minute Oh Gott, ey Hm Da oben ist einer Ja, ich hab schon Ach, da sind zwei Sogar Oh ja, natürlich Ich bin zu fett wahrscheinlich Mensch Mensch Noch einer Ein Stich Komm, zurück zum Ziel Lauf zum Ziel Nein, nein, nein Lauf zum Ziel Komm, 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 komm Was bist du, mein du? 30 Sekunden Du Homo, komm zurück Da Ah ja Komm schon, komm schon 20 Sekunden Du verdammt der Arsch Das wäre so mies Wenn ich einfach stehen geblieben wäre Und nicht reingelaufen wäre Ich bin dich getötet Ich habe diese Karte gemacht